Somit die letzte Frage. Sie haben 30 Sekunden. Warum soll man Sie wählen? Ich glaube, weil ich als Klimaforscher ernst sicher mitnehme, dass es eine Überzeugung, dass wir diese Klimakrise bewältigen können und dass wir es bewältigen müssen. Und mit mir die Garantie, dass sich jemand im Nationalrat auch dafür einkämpft, dass es tatsächlich passiert, dass es bei keinen Überschriften bleibt, sondern dass wir diese Wende hinkriegen und 2040, spätestens 2045 klimaneutral sind. Herr Schwarz, danke fürs Gespräch und viel Glück für den weiteren Wahlkampf. Danke Ihnen. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke. Danke.